Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei Kirmes Aktuell. Und heute geht es mal wieder um ein Kirmesgeschäft. Und zwar, wie ihr im Titel auch schon gelesen habt, um das Fahrgeschäft Infinity. Ja, es handelt sich bei diesem Fahrgeschäft um ein Inversion XXL von KMG aus den Niederlanden. Das Ganze gehört Höfnagels und Söhne, die betreiben das Geschäft seit 2016. Das Geschäft wurde 2016 gebaut, nagelneu, im Werk von KMG und hat dann am 10.06.2016 auf der Pforzheimer Mess Premiere gefeiert. Die Maße dieses Geschäfts betragen Front von 19 Metern, Tiefe von 14 Metern, also recht kompakt, und eine Höhe von maximal 65 Metern. 65 Meter am höchsten Schaukelpunkt. Und somit ist diese Anlage das höchste mobile Looping-Karussell der Welt. Einfach Wahnsinn. Es hat einen Anschlusswert von 150 kW. Die Kapazität liegt bei 24 Personen, die hier in den Gondeln Platz nehmen können. Das waren jetzt erstmal die ganzen groben Daten und Fakten zum Infinity von Höfnagels. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Optik. Das Geschäft ist ein absoluter Gigant und aufgrund der maximalen Schaukelhöhe von 65 Metern schon von Weitem zu erkennen und ein echter Blickfang definitiv. Das Geschäft besitzt gleich zwei Schriftzüge mit modernster LED-Technik. Einmal hinten an der Rückwand, recht groß, und dann ein zweites Mal am höchsten Punkt der Schaukel im Ruhezustand, sodass man eben auch den Schriftzug dieser Attraktion schon von Weitem lesen kann. Ansonsten gibt es einige Schilder, welche Fakten über das Geschäft darstellen bzw. darauf aufmerksam machen. So zum Beispiel die maximale Flughöhe von 65 Metern, maximale Geschwindigkeit von 125 kmh. Das ist echt verrückt. Oder die Mindestgröße zum Beispiel von 1,40 Meter. Durchaus auch gerechtfertigt, muss man dazu sagen. Der Eingang zum Geschäft befindet sich auf der linken Seite und bietet genügend Platz in der Warteschlange für Leute. Die Warteschlange ist auch sehr rappelvoll meistens, zumindest an den Tagen, wo ich das Geschäft angetroffen habe und auf den Plätzen war hier eigentlich echt immer alles rappelvoll. Ja, das soll jetzt erstmal zur Optik und zu dem ganzen Drumherum gewesen sein. Ihr habt ja jetzt auch gerade noch ein paar bewegte Bilder von außen gesehen und dann kommen wir jetzt zum Fahrt. Fahrt in einem Wort, einfach der absolute Wahnsinn. Okay, war mehr als ein Wort, aber in einem Satz der absolute Wahnsinn. Einfach richtig, richtig krass. Nachdem sich der Boden abgesenkt hat, startet die Schaukelfahrt. Zu Beginn erst ganz gemütlich und dann schaukelt man nach und nach höher. Das Ganze geht dann so lange, bis man irgendwann ganz oben ist. Für einen kurzen Moment auf dem Kopf steht am höchsten Punkt, beziehungsweise sich nur ganz langsam fortbewegt und anschließend geht es dann auch wieder nach unten. Die nächsten Schaukelbewegungen haben zwar noch ordentlich Speed, aber einen erneuten Überschlag gibt es nicht. Der ist wirklich einmalig und ich meine mal gehört zu haben, dass das die Vorgabe vom TÜV ist, dass sie eben nur ein Looping machen dürfen und nicht mehr. Möchte ich mich jetzt nicht darauf festlegen, aber meine ich mal so gehört oder gelesen zu haben. Ja, aber langweilig ist die Fahrt dann trotzdem nicht, denn im Part des, ich nenne es jetzt mal Ausschaukelns, werden dann die Gondelbremsen gelöst. Also wenn man denkt, jetzt ist es so Ende, dann werden eben die Gondelbremsen gelöst und das sorgt nochmal für einen ordentlichen Kick, ordentlich Spaß muss ich sagen. Und so wird die Fahrt dann definitiv nicht langweilig. Je nachdem wie viel los ist, aber ich sage mal so zwischen drei und vier Minuten Fahrzeit hat man eigentlich doch immer. Und ja, nun auf zum Fazit. Für mich ist Infiniti eines der besten aktuell reisenden Fahrgeschäfte. Die Optik an sich reißt mich persönlich zwar jetzt nicht vom Hocker, muss ich gestehen. Also klar, die Größe an sich ist beeindruckend und von Weitem schon zu bestaunen, keine Frage. Aber thematisierungstechnisch könnte ich es mir irgendwie doch einen Ticken schöner vorstellen, muss ich persönlich sagen. Aber die Fahrt an sich ist überragend, abwechslungsreich und definitiv niemals langweilig. Ich persönlich würde mir zwar mehr Loopings wünschen, so für meinen Geschmack, aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist TÜV-Vorgabe. Und ja, sollte man dieses Geschäft einmal antreffen, nutzt die Gelegenheit, fahrt es. Zwar ist der Preis natürlich der Größe des Geschäfts angepasst, aber absolut lohnenswert. Lohnt sich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich das Geschäft sehe, steige ich auch ein. Und somit sind wir jetzt am Ende des Reviews angekommen. Ja, war doch nicht ganz so lang das Review. Kurz und knackig, alles zusammengefasst. Über Infinity von Höfnagel, super geiles Teil. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Schreibt natürlich wie immer in die Kommentare, was ihr von dem Fahrgeschäft haltet. Und lasst natürlich auch Bewertungen da, wie euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Review. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020